Musik Es ist so ergreifend hier, wir haben gerade den Eindruck, die Delfine, die schwimmen mit uns, die begleiten uns hier, gell? Was mein hier? Es ist einfach ein Traum. Es ist mehr als Traum. Es ist einfach nur Atmen und sich geborgen fühlen. Unglaublich. Wir sind alle zu Tränen gerührt hier. Wir kommen hier gerade zurück von einer ganz genialen Delfintour mit einem ganz, ganz tollen Sonnenaufgang. Gabriele, hast du schon Worte dafür? Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich war so zu Tränen gerührt. Wir haben hier auch mitten drin unter den Delfinen ein unglaubliches Gefühl. So ein Glücksgefühl. Es war toll. Herz ergreifend. Man hatte das Gefühl, viele begleiten uns, dass sie nur für uns gekommen sind. Man kann es in Worte schlecht fassen. Gänsehaut und Glücksgefühl. Unglaublich. Ich bin so dankbar für diesen Moment, für diesen Ausflug. Es ist so toll. Man fühlt sich gesegnet. Absolut. Und so eine tiefe Dankbarkeit, die man da empfindet, das ist unbeschreiblich. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Danke. Gerne. Findet ihr schon Worte für dieses Erlebnis? Sehr, sehr schön. Sehr ergreifend. Enes, kannst du schon was sagen? Es ist unheimlich naturgewaltig inspirierend. Es ist faszinierend, was das geschieht. Danke. Und jetzt gehen wir frühstücken. Oh ja.